Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Heute gehen wir der Frage nach, was ist ein ETF? Zuerst einmal gucken wir uns an, was die Bedeutung des Wortes ETFs ist. Dann, was ist ein passiver und aktiver Ansatz? Wir gucken uns die durchschnittlichen Kosten an. Wir gehen der Frage nach, warum empfiehlt mir ein Finanzberater kein ETF? Wir gucken uns die größten ETFs am Markt an und dann noch ein paar Tipps für euch, auf was ihr bei der Produktauswahl achten solltet. Und nun viel Spaß beim Video. Kommen wir nun zur Bedeutung von ETF. ETF, das ist die Abkürzung des englischen Wortes Exchange Traded Funds, was so viel wie börsengehandelter Indexfonds bedeutet. Indexfonds gibt es zum Beispiel auf den DAX oder den Nasdaq 100. Oder eben auch den MSCI World. Ein Index, das ist ein Zusammenschluss beim DAX zum Beispiel der 40 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in Deutschland. Kommen wir nun zur Frage, was ist ein passiver und was ist ein aktiver Ansatz? ETFs haben das Ziel, einen Index möglichst genau nachzubilden. Dies kann automatisiert erfolgen, da klare, nachvollziehbare Vorgaben gemacht werden können. Dies bezeichnet man als passiven Ansatz. Fonds hingegen werden aktiv gemanagt. Hierbei versucht ein Fondsmanager, einen Index durch die gezielte Auswahl von einzelnen Titeln zu schlagen. Ein bekannter Fonds wäre hier zum Beispiel der Dirk Müller Premium Fonds. Bitte helfe Make Finance zu wachsen. Like, kommentiere, abonniere und wenn du magst, drücke auch das Glöckchen. Vielen Dank! Kommen wir nun zu den Kosten. Zuerst einmal zur Total Expense Ratio oder kurz TIA. Was ist das eigentlich? Die TIA, das ist letztlich die Gesamtkostenquote, was euch ein Finanzprodukt im Jahr letztlich kostet. Bei einem ETF ist das im Allgemeinen so zwischen 0,04 bis 1,38%. Bei einem MSCI World Produkt schwankt das je nach Anbieter so zwischen 0,12 bis 0,45%. Bei einem Fonds ist es im Allgemeinen so, dass sie zwischen 1,5 bis teilweise größer als 2,5% liegen. Und im Konkreten der Dirk Müller Premium Fonds hat eine Total Expense Ratio von 1,55%. Darüber hinaus können Fonds auch einen Ausgabeaufschlag haben. Die liegen im Allgemeinen so zwischen 0 bis 7% und der Dirk Müller Premium Fonds hat einen Ausgabeaufschlag von 4%. ETFs hingegen haben keinen Ausgabeaufschlag. Und das ist auch letztlich die passende Antwort darauf, warum euch ein Bankberater in der Regel keinen ETF empfehlen wird. Weil dieser wird nach Provisionen bezahlt und meist nicht nach Honorarbasis. Und somit verkauft er natürlich das Produkt, womit er am meisten Geld verdient. Schauen wir uns nun die größten ETFs nach Marktvolumen an. Der größte am Markt ist der iShares Core S&P 500 ETF. Mit einer Größe von 49,905 Milliarden Euro und einer TEA von 0,07%. Der zweitgrößte am Markt ist ebenfalls ein iShares-Produkt auf den Core MSCI World. Er hat eine Größe von 39,228 Milliarden Euro und eine TEA von 0,20%. Der drittgrößte ist der Vanguard S&P 500 ETF. Er hat eine Größe von 28,887 Milliarden Euro und eine TEA von 0,07%. Der größte ETF auf den DAX wäre zum Beispiel der iShares Core DAX ETF mit einer Größe von 5,266 Milliarden Euro und einer TEA von 0,16%. In der Regel ist es so, dass mehrere Fondsgesellschaften ETFs auf die bekannten Indizes anbieten. Wie oben auch schon im Beispiel auf den S&P 500 bietet hier zum Beispiel iShares das größte Produkt nach Marktvolumen an. Und auch Vanguard bietet hier den drittgrößten am Markt an. So ist es bei vielen Produkten dazu später mehr. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Tipps für euch. Auf was sollte ich bei der Auswahl achten? Zum einen auf die Marktgröße des ETFs. Eine zu geringe Größe hat das Risiko, dass der ETF vielleicht geschlossen wird. Dann sollte ich auf geringe Kosten achten. Oftmals bieten hier mehrere Fondsgesellschaften, wie zum Beispiel BlackRock, Vanguard oder X-Trackers ETFs, auf die gleichen Indizes an. Darüber hinaus solltet ihr Vergleichsseiten nutzen, wie zum Beispiel Just ETF oder X3 ETF. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Bitte liked mein Video, kommentiert es und abonniert meinen Channel. Vielen Dank!